hallo hier ist martin von money monkeys dass die dachsanalyse für donnerstag den vierten juni 2020 und ja hier gab es abschlussfreigabe für alle bären hier wurde alles rigoros abgeknallt was schortig nicht bei drei auf den bäumen war schlachtertag letztendlich ich habe schon gesehen viele erwarten hier von mir wieder meine große wut und brandräte zwecks derjenigen die hier sich wieder gegen den trend vergangen haben ich denke mittlerweile sie kennen die videos ganz gut ich bin es positiv überreicht ich bin schon fast stolz auf all jene was ich jetzt hier so mitbekommen habe ich habe jetzt nicht großartige schiffbruchmeldung bekommen über den tag relativ früh haben viele schon angefragt als wir haben früh haben relativ viel stress auf dem postfach gehabt da ging gut was torsch am alles allen gesagt wie und was mit eng absichern stopp setzen und im zweifel rennt er halt oben raus macht sonst noch mehr kaputt dann lieber jetzt kurz kurz und knackig weg damit als ewig aussitzen auch so finde ich so gucke auch im chat bei uns auf der seite ich weiß ja wer davon alles bei den seminaren war und wer da schon länger mit dabei ist man kennt ja dann die namen doch schon ein bisschen das ist ich finde es schön wenn es genau die sind die dann eben da stehen und dann sagen hey cool ich bin gut mitgekommen hey ich habe hier heute plus gemacht und bin hier bin hier einfach mitgekommen habe hier kein schiffbruch erlitten hätte vor jahren hier mal schiffbruch erlitten und daher habe ich heute gar nicht viel grund hier zu schimpfen wer hier scheiße gebaut hat der wird selber wissen der wird selber gemerkt haben wichtiger wäre jetzt vielleicht einfach mal kurz darüber zu sprechen wie es jetzt weitergeht vielleicht auch mal beide szenarien durchzuspielen also wie würde man wie sollte man sich jetzt in der einen oder anderen situation verhalten grundsätzlich war das unsere morgen analyse gewesen das fenster so in etwa hatten wir offen gehabt wir haben gesagt ja oben 270 die wir interessant da ist noch ein offenes gap könnt darunter drehen oben die 370 wären offen wäre noch interessant wer mich kennt der weiß wir legen hier immer sehr viel wert drauf dass man von den marken halt auch erst weg tradet richtig wenn denn dann da auch entsprechende rote kerzen reinkommen das war hier nirgendwo der fall hat er hat eigentlich all die bereiche die uns hier oberseitig wichtig sind direkt durch sprung bei der 370 hat er sich kurz versucht hat aber auch dann relativ deutlich durch sprung das heißt wir haben jetzt hier ausschließlich grüne kerzen bis zum schluss so oben ist es jetzt hier bei mir ein bisschen dichter geworden sie sehen aber trotzdem dass der markt sich mit den kerzen jetzt außer vielleicht an der 370 aber die momentratie war die wichtig die lassen wir mal drin schon an den bereichen orientiert hat ich wird hier ein bisschen aufziehen wird hier unten mal ein bisschen was ausblenden damit wir das letzte lokale tief ein bisschen im blick bekommen sie erinnern sich hongkong thema hier kam viel volumen hier war viel nervosität im markt hier war viel stress im markt mir hat es wahrscheinlich auch viele short reingezogen die man jetzt oben schon rausspülen kann so und dann muss mal gucken hier oben wird es nämlich ganz schön dünn also da geben sie mir mal ganz kurz eine sekunde ich muss mal eine linie reinziehen die fehlt hier definitiv wir müssen jetzt ein bisschen gucken mit dem chart haben wir hier oben noch nie gearbeitet hat den haben wir damals in corona zeiten sind wir auf die zwei stunden umgesprungen glaube ich und hat man die vorher schon ich muss trotzdem kurz was anpassen da fehlt eine linie die ist wichtig warten so kurz so soweit ich hätte tiefer vermutet sie ist aber tatsächlich so weit um wir haben nämlich mal verbal davon gesprochen 12 800 12 850 wäre ein wichtiger bereich wir machen jetzt mal hier was auf zwei stunden eben was wir sonst nie machen wir setzen hier mal eine verkaufszone rein die zone da oben die ist so brutal geil also sowas das finde ich ein schmanker wenn der dann umkehr rein kriegt kriegen sie ein paar hundert punkte schenkt er muss halt bloß schön drin reagieren halt also nicht blind vielleicht dagegen stellen abwarten dass der dass der wegdreht aber das ist das ist eine zone der kann wenn er sie denn kriegt wenn er sie denn auch kriegt wenn er da hoch geht kann er richtig weg sein halt also sowas das kann immer 250 punkte bringen halt wenn ich gar sogar noch ein bisschen mehr also das auf jeden fall heiße zone und da liegt dieser dreifachboten halt der kann richtig saftig knallen darüber wäre für mich dann erst wieder die 13.200 interessant also die die zone sollte man jetzt hier mit im blick haben davon schon als kauf verkaufszone werden für den fall der fälle der dax sollte weiter treiben zum donnerstag sollte weiter nach oben treiben grundsätzlich ist das nicht die natur des stocks zum donnerstag weiter zu treiben für den donnerstag wäre eher sowas üblich wie noch mal kurz ein höheres hochstechen vielleicht 640 und dann zurückrudern irgendwie hier auf keine ahnung 370 325 270 können sogar werden also plan es ruhig bisschen mehr bewegung ein der hat hier viel stress gemacht auch wenn es jetzt hier eigentlich relativ klein aussieht in dem moment wo ich ein bisschen raus hier aber da wir auch die wir haben ja schwungvolle bewegung da ist ja schon viel saft mit drin also das tut schon weh wenn man da zu groß gegen die bewegung steht also favorisieren würde ich tatsächlich eher was was so in die richtung geht jetzt hier kriegt man noch irgendwo einen langen jetzt habe ich mir sogar ein fall geklaut oder wir machen es mal so so also üblicherweise für donnerstag wäre tatsächlich sowas hier ja also einfach noch mal ein bisschen hochdrücken über neues hoch einfach rein platzen das muss nicht kommen was ist ja oft so halt dieses dieses ranziehen vom tageschluss nach so starken trenntagen sieht man häufig dass der negativ beendet aber dann trotzdem noch mal neues hoch setzt hoch ja wie tief kommt da das wäre das wäre am vorm schönsten aber das natürlich auch ein ordentlicher akt ne runter auf 270 ja ich würde nicht so viel geben drei eigentlich eigentlich sogar fast eher hier 400 dass es sich hier einfach fängt seitwärts und seitwärts einschwingt richtig nach unten reißt vielleicht vor der ezb nach der ezb kann ich ihnen nicht sagen man würde schon aber würde das ist so sieht man zum donnerstag einfach häufig dass er sehr stark zur seite ausschlägt in beide richtungen dass auf beiden seiten viel action hat donnerstag können extrem starke trendtage sein in dem moment wo sie um lange grüne also lange stunden schlüsse weit weit außerhalb des normes bereichs des vortages stellen also so alles so was auch so stunden close über 600 über 640 ist das ist echt dann dann kann da auch ein schöner trend tag werden mit nochmal vier fünf sechs sieben stunden übertreibung durchaus dass das geht an donnerstag dass das geht oben wie unten oben wie unten na das häufigste was er aber zum donnerstag macht es seitwärts und was wir auch sehr häufig nach trendtagen sehen auch wenn wir aufpassen müssen trendtage in den letzten wochen und monaten auch bedingt durch die coronakrise wir hatten schon öfter mal so eine kopfumdreher tage wo die leute dann plötzlich total long waren und dann sind am nächsten tag komplett das ganze ding wieder zurück gerannt also ich hatten wir zweimal im bereich um 11.800 glaube ich war es wirklich zweimal schon dass es an den tagen wurde es so richtig zum brechen nach oben durch ging dass er am nächsten tag komplett zurück gerannt hat und alle sich dachten vor wie krass das denn halt passen sie auf also die donner donnerstag kann es in sich haben ich hoffe jetzt nicht dass es einfach hier oben stehen bleibt zur seite macht aber dieses seitwärts spielen dass das ist was was wir sehr häufig sehen so daher jetzt die frage also wie wie würde ich jetzt umgehen wenn ich jetzt persönlich hier einen short drin hätte also ich persönlich würde wenn ich hier einen short drin hätte würde zusehen dass der etwa die größe an hat dass er mir nicht wehtut wenn er hier noch ein bisschen laufen kann also es kommt natürlich darauf an wo er ist aber bis hierher muss man ihm noch platz geben bis 12800 ne also ich sag mal wenn ich jetzt hier short sitzen würde seit 11.900 und gesagt habe okay ich will nach unten 2000 punkte traden ich gebe ihm nach oben halt ein bisschen lange leine wäre es jetzt nicht unbedingt zwingend richtig hier in dieser zone zu verkaufen halt weil es ist eine übertreibung als heiß gelaufen und aber muss muss begrenzen also ich würde dann eher vielleicht position sogar ausdünnen dass man sagt man nutzt vielleicht mal einen kleinen rücksetzer um einfach die position ein bisschen zu entschlacken ein bisschen rauszunehmen ein bisschen stress rauszunehmen damit man auch oben besser das aussetzen kann wenn man denn so langfristig denkt und so langfristig denken will übergeordnet bin ich ja grundsätzlich immer noch der meinung auch wenn wir dazu nehmen die leute widersprechen und sich auch vehement dagegen stellen aber genau das habe ich gefordert genau das will ich auch sehen weil das häufig so ist also heute auch waren viele zuschriften wieder so nachdem er doch martin ja was du erzählst ja aber du musst auch verstehen das geht nicht immer nach charttechnik die feld und und notenbank und 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 da musst du auch mal mehr mit drauf gucken das machst du gar nicht nur das ist so typisch sowas sowas dass ich krieg sowas halt immer wieder halt in dem moment wo aber auch dann tatsächlich solche umbruch stellen sind also von daher dass das was wir die ganzen letzten tage gesagt haben was mir fehlt dieses umdenken im kopf das ist jetzt gekommen das ist da ja also das ist da deshalb der tag der hat definitiv hier der hat definitiv short fantasien abgeschossen also ganz 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 viele die sich jetzt unwohl fühlen und so weiter und so fort aber ja also die die jetzt vorher angefragt haben den haben wir so und so geschrieben gehabt heute früh gleich hier oben drüber absichern relativ knapp wenn 2 70 nicht hält direkt weg damit sonst sonst steht man bei 8 4 80 immer noch da und nachher steht man bei 12 800 immer noch da aber es kann ja auch sein dass hier jemand sich jetzt nicht getraut hat noch zu schreiben und vielleicht noch ein bisschen hoffnung hatte hier oben muss man auch mit einplanen theoretisch kann er auch darüber steigen da sprechen wir jetzt wie würde man jetzt umgehen wenn man langs hat wenn man langs hat aber wir machen erst mal zu ende wenn man shorts hat natürlich er kann auch auf 13.200 steigen und von dort fallen aber irgendwo muss man so eine grenze ziehen irgendwo muss man sagen das ist schluss halt ne am vormittag haben wir gesagt das ist hier weil ich weiß okay diejenigen die würde ich auch relativ gut hier oben wieder reinbekommen halt ne also man an 4 80 dann einfach wieder aussteigt einsteigt und sich hier 300 punkte spart wenn man das denn will beste ist halt einfach abzuwarten bis starke rote kerzen kommen bis dynamische rote kerzen kommen und wenn sie sehen dass erstmalig mehr verkäufer als käufer aktiv sind das ist wichtig das kann man abwarten und das sehen sie das sehen sie das problem ist dass ihre reflexe in dem moment sagen das ist ja jetzt ungewöhnlich viel nach unten gehe ich mal dagegen das kann zum beispiel passieren dass die ezb eine riesengeldschwemme morgen verspricht wo sich alle sagen boah geil das pusht ja den markt jetzt richtig und der rollt sie volle hütte nach unten kaputt sowas kann passieren ne und dann haben wir eigentlich alles was wir die letzten tage gefordert haben wir haben diese nachrichten wir haben diese kopft drehung und so weiter und so fort also machen sie da ruhig ein bisschen sachte aber wenn sie das denn sehen dass dann jetzt wieder mehr verkäufer aktiv sind dann ignorieren sie das nicht achten sie auf die signale das ist wie wenn er hochsteigt ne also entweder ich habe damit gerechnet ich habe das kalkuliert ich habe das erwartet und gehe damit um oder mich hat das überrascht dann muss ich das auch anders behandeln dann muss man auch ehrlich zu sich selber sein halt ne und dementsprechend die situation dann auch neutral managen stellen sich immer wieder vor sagen sie das depot was sie haben keine ahnung sagen sie sich das wäre das von ihrem bruder von der frau oder von vom jungen vom sohn oder vom keine ahnung von irgendwem den sie extern als als außenstehender bewerten müssten und so versuchen sie auch selber dann bei sich drauf zu gucken sagen sie sich selber ist das okay was was ich mache ist das nicht okay wie würde ich jemandem anderen erklären wie es denn besser wäre das hilft das hilft ne so also ja für die shorts kurzfristig wer kurzfristig da jetzt irgendwie was drin hängt völlig überrumpelt wird am besten immer klatsch stellen einen tag pause machen verlust auch mal realisieren und dann versuchen über mehrere tage wieder aufzuarbeiten wenn sie den verlust an einem tag erlitten haben versuchen sie den über fünf sechs sieben acht neun zehn tage wieder reinzuholen das klappt wenn sie versuchen an einem tag wieder reinzuholen dann haben sie zwei verlusttage stehen 100 prozent ist fast immer so ne also wenn verlust da ist auch ruhig mal realisieren und versuchen auf mehrere tage aufzuarbeiten das kriegt man hin das klappt das schaffen auch ganz 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 viele immer wieder immer wieder ne also auch die die sonst nicht profitabel handeln aber das kriegen sie das kriegt man relativ gut oft hin weil man sich im kopf resettet in dem moment wo man rausgeht und einen tag pause macht das wichtig ja diejenigen die noch drin hängen und so weiter und so fort ja was immer hilft pause machen und begrenzen also die die noch drin sind es muss begrenzt werden lassen sie sich nichts kaputt machen setzen sie sich irgendwo ein bereich wo sie sagen okay bis dahin und nicht weiter und wenn das dann eintritt und das für sie wirklich eine art worst case scenario ist dann muss es folgen haben dann muss das auch für sie bedeuten zwei drei wochen trading pause mindestens oder vielleicht sogar vier je nachdem wie hoch das ist aber sie müssen sich dafür bestrafen sie müssen sich wirklich bestrafen tun sich irgendwas was ihnen nicht gut tut tun sich dazu zwingen dass sie da auch ein bisschen den bestrafungseffekt haben die meisten verdienen zu gut das ist das geld immer gar nicht so die strafe wenn man verliert die sagen zwar immer ich handel nicht auf dem wo ich handel auf echt geld das muss mir wehtun aber am ende tut es ihnen gar nicht weh das was sie verlieren halt und ehrlich zu sich selbst sein okay gut wer long ist sollte zum donnerstag auch aufpassen also insbesondere wenn flatschige rote kerzen kommen klar kann es passieren dass er nur nach unten antäuscht ähnlich wie wir das hier gesehen haben baut sich volumen aus rennt oben in die zonen ja aber ab dem punkt einfach mal teilverkäufe ziehen ist nie verkehrt einfach mal ein paar gewinne realisieren vielleicht sogar auch alles mitnehmen wenn man sagt man hat eine super coole woche gehabt gucken sie mal es kommt dann auch noch der freitag der freitag nimmt oft die wochengewinne wieder weg von den leuten halt was man nämlich sehr häufig sieht ist in solchen trendphasen tatsächlich auch dass der markt zum donnerstagnachmittag ein hoch ein lokales wochen hoch markiert und dann freitag beginnt zu fallen nicht dass er komplett montag dienstag mittwoch donnerstag freitag durchzieht ist sehr 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 selten ne was passieren kann ist donnerstags hoch und freitag komplett zur seite halt ne das einfach auf der stelle zur seite steht und nicht großartig zurückkommt aber trotzdem ist von der wochenzyklik so dieser dieser bereich zwischen ich sag mal dienstag dienstag früh dienstag vormittag bis donnerstag rein das ist häufig in bullischen wochen die beste strecke wo die meiste bewegung kommt ne donnerstagnachmittag die jetzt dann eher wieder zurück also in dem sinne für die die hier kurzfristig long drin sind ruhig auch mal was realisieren ruhig auch sensibel jetzt werden mit den groten kerzen und im zweifel halt einfach mal kurz ein bisschen was realisieren dann kann es ihnen nicht passieren dass der dax am tagesende komplett wieder unten steht und sie sagen ey ich hatte die geilsten gewinnen meines lebens und am nächsten tag habe ich so das verloren und noch mehr ne das ist sowas das das konnte ich früher permanent unterschreiben das ging mir so oft so ich hatte den geilsten tag meines lebens und am nächsten tag habe ich all das verloren und sogar noch mehr ne deswegen aufpassen wenn sie realisieren wenn sie tolle gewinne gehabt haben auch ruhig mal was mitnehmen so wenn wir jetzt mal hier so aus dem großbild gucken und sagen okay wo sind jetzt hier unterstützungspunkte sie sehen es ist nichts ein halt ne man müsste tatsächlich dann hier ansetzen im bereich um 12 100 12 0 40 das ist jetzt von oben kommt die nächste brauchbare unterstützungszone ja ähm tiefer hammer stand jetzt eigentlich so nichts das sind das sind alles nur klein viehmarken ähm die können den lachs natürlich nach oben drehen ohne frage ne also gerade auch so bereich um 400 hier die 325 das sind schon so kleine scheiße auf kurzen zeiteinheiten die können stress bringen ne die können die können gut nach oben was drücken ja aber so richtig dass man sagt ist jetzt hier auf der zeiteinheit dazu ist er zu über überhitzt gewesen und man sieht ja auch häufig dieses überhitzen ne muss 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 auch irgendwann mal abgebaut werden das kann er seitwärts muss nicht zurückkommen das kann er auch seitwärts machen ne aber ja ich würde jetzt nicht sagen dass er jetzt die nächsten 10 tage durchsteigen muss weil er zu gut gelaufen ist es ist eher mehr sowas ist eher mehr so kurz vor finale halt ne das muss man auch sagen na das ist halt eher mehr final charakter was wir hier sehen so Freunde also ich denke damit haben wir oben und unten mal ein bisschen bedienten blicken ein bisschen weiter gefasst haben ein bisschen auch Sachen besprochen wie man mit dem einen oder anderen umgeht ich hoffe ich habe jetzt nichts vergessen aber eigentlich haben wir alles durchgesprochen und da hoffe ich da konnte jeder egal in welcher Situation war irgendwie was für sich noch mitnehmen wie gesagt mich freut es einfach wenn wenn das was wir hier immer wieder sagen insbesondere auch zum Risikomanagement wenn die Leute das dann endlich auch mal machen na und dann dann selber über die Ergebnisse erstaunt sind es ist halt wissen sie ich sehe das jeden Tag und immer wieder und bei jedem das ist immer die gleiche Scheiße die die Leute Geld kostet immer wieder und die Leute hören es hören sich von mir an sagen ja Martin das ist richtig was du sagst machen es aber nicht ja aber irgendwann kommt der Moment halt ne wo sie dann anfangen das zu machen und dann ist die Profitabilität nicht weit weg ne weil man dann endlich anfängt an sich selber zu arbeiten das ist halt wichtig und mich freut das ich bin total happy heute wenn ich das sehe wie die Jungs hier so alle auch im Chat wie die unterwegs waren ich glaube da gab es einzelne Ausnahmen die nicht gut zurecht gekommen sind das gehört dazu das sind aber wenn ich das richtig gesehen habe auch alles welche gewesen die recht neu bei uns dabei gewesen sind und die die schon länger mit dabei sind so vom gefühlten Bild also ich kann nicht für alle sprechen aber die Resonanz die ich heute bekommen habe war doch eher positiv das freut mich das freut mich wenn das einfach angenommen wird und wenn die Leute das auch umsetzen und das hilft ne weil es gibt nichts Schlimmeres als wenn sie sich hinsetzen und den Leuten sagen was ihre Fehler sind und wie sie die abstellen können und die machen das aber nicht die machen einfach so weiter wie vorher das ich finde das fies das ist unfair weil in dem Moment wo es dann schlecht läuft kommen sie wieder zu mir und sagen ja hier und da und was kann ich machen dann erzähle ich wieder genau das gleiche aber setzen es nicht um und in dem Moment wo die Leute das aber umsetzen und dann auch das richtig ich finde es schön ich finde es cool also ja gut von daher ich bin heute zufrieden ich hoffe wir sind ich glaube auch wenn man die Videos regelmäßig guckt ne das sind das ist einfach wir sprechen das so vor oft vom das ist immer wieder das gleiche ne warten sie die roten Kerzen machen sie da knallen sich gegen gucken sie öffnen sie sich gehen sie mit der Bewegung und so weiter und so fort das sind alles die Themen die wir immer wieder durchhampeln und da muss ich heute keine Wutrede machen sondern eher mal sogar meinen Respekt äußern für diejenigen die das gut umgesetzt haben und das vielleicht auch einfach an diejenigen die sich dann auch schwer tun sich einfach mal einen Arsch zu beißen hier einfach mal auch die Inspiration die Motivation mitzugeben da halt wirklich mal anzusetzen es bringt nichts wenn man dann immer wieder an solchen Tagen Haus und Hof verdiert bringt nichts da haben sie nichts gekonnt können sie das ganze Jahr über sich so viel Mühe geben und die nicht diszipliniert arbeiten wird es nichts ja und vor allem wenn sie immer wieder die gleichen Fehler machen also irgendwann muss das muss einfach mal ich kann ihnen gerne einen Stein auf den Kopf schlagen aber irgendwann müssen sie es selber mitkriegen halt ne gut ich mache hier zu ich drücke ihnen die Daumen zum Donnerstag dass sie gut unterwegs sind wir schauen mal es stehen ja auch einiges noch im Kalender auch jetzt in der Nacht soll noch einiges kommen ich bin gespannt ähm gucken wir mal wo morgen rauskommen und dann drücke ich allen die Daumen dass sie hier gut mitgeschwommen kommen jo ich mache aus tschö Bis zum nächsten Mal.